Nummer 5 Wir loben dieses Modell für seine Langlebigkeit und Vielseitigkeit. Es besteht aus Metall und Holz und ist ein gutes Produkt für den Einsatz zu Hause, aber auch für den professionellen Einsatz. Die Gartenarbeit war mit diesem Produkt noch nie so einfach. Diese Hacke hat ein ergonomisches Design mit einem weichen und strapazierfähigen Griff, der das Arbeiten mit ihr einfach macht. Qualität und Komfort sind gesichert. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 4 Diese Hacke zeichnet sich durch ihren breiten und harten Flügel aus, der aus Gusseisen gefertigt ist. Wir können Ihnen versichern, dass sie kompakt und sehr einfach zu bedienen ist. Ihr attraktives Design ist wie geschaffen für die häusliche oder professionelle Gartenarbeit. Da sie eine größere Form als andere Modelle hat, kann sie die Arbeit mit weniger Aufwand erledigen. Trotz ihres robusten Aussehens ist diese Hacke ein Leichtgewicht, da sie nach traditionellen koreanischen Methoden handgefertigt wird, sodass die Qualität gesichert ist. Es ist die vielseitigste Hacke auf der Liste, die viele Jahre lang halten kann. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 3 Mit einem Gewicht von fast einem Pfund bietet diese Edelstahlhacke ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ideal für die Pflege und Dekoration Ihres Gartens ist dieses Modell besonders komfortabel, da es so konzipiert ist, dass es ohne großen Kraftaufwand benutzt werden kann. Es ist aus hochwertigen Materialien wie Epoxid hergestellt, was dafür sorgt, dass es haltbarer ist als andere Modelle, da es nicht so leicht verkratzt oder sich verbiegt. Sein Holzgriff ist gut geformt und macht die Arbeit auf dem Feld schonend und effektiv. Diese Hacke wurde als eines der stärksten und langlebigsten Modelle auf dem Markt entwickelt. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 2 Wenn Ihr Ziel ist, Unkraut zu jäten und in den Boden zu schneiden, haben Sie mit dieser Hacke ein komplettes Produkt zu einem sehr günstigen Preis. Wir schätzten Ihre gute Haltbarkeit, da sie dank der hochwertigen Materialien korrosionsbeständig ist und somit viele Jahre im Einsatz bleiben kann. Sie besteht aus gegosenen Aluminiumklingen und besticht durch ihr Design mit glänzenden und rostfreien Akzenten. Der Griff dieser Hacke hat einen speziellen Griff, um Ermüdungserscheinungen zu reduzieren und das Risiko von Handgelenks oder Handverletzungen zu vermeiden. So macht Gartenarbeit mehr Spaß denn je. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 1 Wenn Sie eine handgefertigte Hacke suchen, die sich durch Ihre Robustheit und Ihre kurz- und langfristige Leistung auszeichnet, ist dieses Modell das Richtige für Sie. Dieses koreanische Modell verwendet eine traditionelle Methode und ist aufgrund seiner Robustheit und Effektivität sehr gefragt. Seine Struktur zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit aus und er hat einen Griff, der vollständig am Metallteil befestigt ist, was ihn super sicher und bequem zugleich macht. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung.